Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Uncharted 3 Drake's Deception und der gute Nate ist Nur dieser rote Felsen bietet Schatten So ziemlich am Ende seiner Kräfte Komm in den Schatten unter dem roten Felsen Ja ich komme Du wunderbare Stimme Und ich zeige dir etwas anderes Als den Schatten der dir des Morgens folgt Oder der sich abends erhebt Um dich zu begrüßen Ich zeige dir Furcht In einer Handvoll Staub So von da sind wir gekommen also laufen wir einfach mal geradeaus weiter würde ich sagen Oder krauchen oder was auch immer Nathan mittlerweile bloß noch machen kann Und in der Wüste wurde es tatsächlich nachts wohl sehr kalt Also da sind die Temperaturschwankungen super extrem Oh Gott Und dann die Auszulung Nein Sorry Nein Sorry Ich zeige dir Wach auf Hilfe mir Komm schon Los deine Hand Oh Nein, nein, da ist kein Sully. Das war dein eigener Schweinehund, innerer Schweinehund. Keine Ahnung, wo wir jetzt hin müssen. Ich los einfach mal geradeaus weiter. Alter Schwede, die Sonne brennt. Dreiwettertaft. Oh, hier, 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 hier. Oh, ne Stadt. Ein Dorf, eine Stadt. Deine Vater Morgana. So wurde ich jetzt mal fast, äh, ne? Vermuten. Lauf, Nathan, lauf. Und da ist er weg. Bestimmt dahinter. Das sieht gut aus. Aber verlassen. Genau. Kapitel 19, die Siedlung. Das ist bestimmt Rebellenlager oder irgend sowas. Da ist ein Schatz, ich sehe ihn schon von dir. Auf ihn. Wir haben zwar kein Wasser, aber Hauptsache Schätze. Okay, mal sehen. Wenigstens echt. Und wir sind unbewaffnet. Ja. Ja, ist ja. So, Schatz. Ja, ein Schatz. So. Tor wird sicherlich zu sein. Wie tue so. Komm ich nicht durch. Ist ein anderer Weg. Hm. Vielleicht hier? Vielleicht hier lang. Zapp, zarapp. Der kann natürlich noch klettern. Aber er hat voll die Kräfte noch. Ei. Da noch ein Schatz. Boah. Jetzt seht es aber los hier, wa? Ja. Ne, mag den Schatz auf der Hand tut. Hm. Keine Ahnung. Doch. Jetzt. Irgendeine Drecksmünze. Wasser wär mir lieber. Wär mir lieber. Okay. Wat? Der sieht verdammt trocken aus. Der Boden. Ich will jetzt mal hier weiter um gucken. Was ist denn hier? Ach hier ist ja nicht weiter. Und hier auch nicht. Na gut. Dann. Nun da. Ja, sonst wären hier nur Leute. Da ist noch eine Pfütze. Nicht trinkbar. Okay, nicht aufgehen. Aha. Und was mache ich jetzt hier? Ähm. Ich stelle mich mal ins Licht. Vielleicht kommt mir denn die Erleuchtung. Komm ich hier irgendwie hoch? Ich sehe keine Vorsprünge. Muss ich hier einfach durch oder so? Ich komme auch nicht mehr raus. Hier? Ah, verstehe. Ah, ist aber auch nicht so gut zu sehen wie sonst war. Ist wahrscheinlich Sinn und Zweck der Sache. So, jetzt mal weiter hier. Durch die Ruinen. Hier muss es was Nützliches geben. Hier gibt es auf jeden Fall erstmal einen Schatz. So unnütz. So unnütz. Aha. Joa. Tolles nicht hier, wa? Mit nützlichen Sachen. Bam. Oh. Oh. Scheiße. Mein Zeit. Ach toll. Ach wat. Erzähl doch nie. Hau ihn in die Fresse. Hier war doch noch einer. Soll ich noch sagen. Ich muss erstmal in Deckung. Deckung. Jetzt kommen wir erstmal ganz in Ruhe hier. Ich muss mir angewöhnen, die Granaten mal zurückzuwerfen. Oh nein, nein, nein. Ho, ho, ho. Kampus, noch vier Schuss. Na, guck mal her, mit deiner Galate. Oh, scheiße. Oh, jetzt muss ich noch mal recken. Bleib mal weg von mir. Komm mal da. Ich glaube es ist noch vier Schuss. Ja, ich habe ja keine mehr. Scheiße. Okay, muss mal hier ein bisschen. So, jetzt habe ich wieder Munitionen. Jetzt kann ich auch. Hier, da hast du gerne noch einer. Ho, 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 ho. So, haben wir es jetzt? Kann ich erstmal sammeln, den? Oh. Oh Mann, was machen mal los Männer hier? Ich habe da eben Stimmen gehört. Ich frage jetzt, von welcher Seite die kommen, ne? Ich weiß jetzt nicht. Wahrscheinlich von da. Genau, das brauche ich. Ne, brauchst du nicht. So, 35 Schuss mit dem Teil hier. Ich gehe mal da hinten hin. So, hier. Wo sind denn die? Ich habe keine Ahnung. Mahlzeit. Wat? Man, die sind mit den Granaten. Ja, das kriege ich allein, Junge. Halt mal raus, Fenschädel. Ha! Bam, Alter. Oh. Oh, Kicher. Kann ich hoch. Oh. Da kommen sie alle an. Jetzt springen sie sich größtenteils noch selbst in die Luft. Ja, kommst du hin, ey. Granate. Ja, Kicher. Die Waffe ist kacke, weil die eine Automatik ist. Ist doch eine Halbautomatik. Die schießt irgendwie drei Schuss hintereinander. Pumpgun. Oh, besser. Besser als nix. Ja, von hinten war mir klar, dass sie von hinten auch noch kommen. Na wat? Komm raus! Schleichen die sich echt? Ja, könnte mal wechseln. Schleichen die sich echt hinten rum, ja? Faszinierend. Granate. Äh, nee, da ist man nicht. Noch eine Granate. Äh, nee, die will ich nicht. Sehr hilfreich. Zieh doch, nee. M9. Aua. Aua. Fuck. Verdammt, ich sitze unten fest. Ja, ich sehe aber einen Schatz. Huhu. So. Wir sitzen unten fest, glaube ich nicht. Wir können da gut klettern. Hm, 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 hm. Da vielleicht. Hier vielleicht hoch. Und dann da ran. Nee, eher nicht. Hm. Vielleicht schießen wir auch einfach mal auf die Bretter hier, wa? Nehmen wir da lieber die Pistole für. Immer noch stabil. Hallo? Ja, komm. Ehenbrett ist noch. Nö. Und dann eine Granate reinhauen, oder wat ist dat? Probiert das mal. Ja. Wie ist das so hier da? Hätt' auch gleich eine Granate schmeißen können, wa? Hätt' mir die Schuss gespart. Hier muss es irgendwo rausgehen. So. Warte, 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 wo schießt hier hin? Komm nicht mal Deckung, alter. Oh, ha, ha, ha. Wat nu? Ist da ein Schloß hier? Nathan. Solchig. Hier hinten ist bestimmt noch ein Schatz. Roffeln. So, mal lieber den großen Pugel rauspacken hier. Erstmal in Deckung gehen. Sniper? Brauchen wir jetzt ein Sniper-Gewehr? Brauch's aber nicht. Oh, ich hab genug von diesen Säcken. Kiecher. Oh, Mist. Kette raus. Ach, du Scheiße, da ist ja auch noch einer. Ah, fuck, 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 spring, Nathan. Weg hier. Muss erst mal ein Land gewinnen. So, und jetzt kommen wir hier wieder. Da kommen die ja nie rüber, wa? Ach, die Olle ist auch schon da. Nett. So, komm, kriegst du gleich noch einer. Oder ihr macht das selber unter euch aus. Das geht natürlich auch. Der ist nicht tot, Scheiße. Na, weil der ist mit euch da oben. Der ist nicht halt so viel regt. Ja, kein Ruh. Scheiße, das Heckenfass gehabt. Ich glaube, das bringt hier nicht viel, wa? Außer den da oben vielleicht. Mach mal, mach mal da. So, den hätten wir erst mal. Der sprengt sich jetzt auch noch ein bisschen selber. Und dann ist der Typ mit dem Schild auch tot. Nee, doch nicht. Scheiße. Ich schieße ihn nur mal auf der Pfoten, bitte so. Alles klar. Echt? Okay. Na, da war Hüt gelöst, muss ich sagen. Bin begeistert für... Über mich? Nee, die war die... Bleibt ihn raus. Bis das mal in den Schädel. Ach so. Kommt noch mehr. Letzt mal stehen. Nein. Nein! Nein! Nein. Das war er informiert. Du bist das Einatmen. Einatmen. W powerful Detail lunar. Wie ist spiel. tighten. Yep! Sikemina!